Mit dem Dezemberbeginn startet an der Promenade in Wenningstedt wieder das pure Schlittschuhvergnügen in der Sylt-Vorf-Fun-Arena. Die 300 Quadratmeter große Kunststoffbahn war schon in den letzten Wintern auf Sylt ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Die Kunststoffplatten sorgen für ein temperaturunabhängiges Laufvergnügen. Schlittschuhe können in allen gängigen Größen direkt an der Bahn ausgeliehen oder selber mitgebracht werden. Die Schlittschuhbahn bleibt bis Ende Februar geöffnet. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro pro Stunde.